In sehr kurzer Zeit habe ich den Club, sein Umfeld, sein Stadion und seine tollen Fans zu schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit mit meinem Trängerteam ist hervorragend. Ich bin gerne hier und danke der Geschäftsführung für seinen Vertrauensbeweis. Gemeinsam können wir beim DSC Arminia noch viel bewegen. Geschäftsführer Sport Samir Arabi äußerte, wir haben in dem letzten Jahr unter Jeff Saibene eine sehr positive Entwicklung genommen. Jeff hat Mannschaft in der vergangenen Saison aus einer schwierigen sportlichen Situation befreien können und sie über den Klassenerhalt hinaus weiterentwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist auf der Position des Cheftrainers Kontinuität zu haben, um den Stabilisierungsprozess weiter fortzusetzen und immer wieder eigene Talente in den Profikader zu integrieren. Video, Luftloch der Liga, erst Schrecksekunde, dann Selfie Spaß.